Die Hand stand, liegt jetzt. Köser, dann war ich wieder. Oh, die füße. Oh, die füße. JTM, eyla, was geht denn jetzt? Okay, cool. Wusste ich gar nicht, dass man mal Silots ist. Keine Hüßes. Alter sauber Garen Ja Ja Garen haben Kills gemacht Oh level 6 Ich bin eh level 6 Garen double kill Demacia Demacia Ich musste flashen dafür wie sad Na naja Wollen wir beide drauf holen? Könnten wir Demacia Der ist auch tot Ja Wie gut All for one Garen Wo sind die Minions? Wir haben gleich den Tower einfach Oh in der Mitte auch Aber ich kacke bin Demacia Ich hab ihn gesilenced Ja ciao Edi ne Mach's gut Oh Da sind zwei wilde Garens Oh scheiße Da sind 10er Garen Der kommt zu euch hoch Oh clean Junge Weiter kommt zu uns hoch Ja Ich weiß ja nicht Aber also Demacia Ja 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 Ist da noch einer Illi Nein Dann müssen wir ins Mitte gehen zum Babybanyo Demacia 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 Oh, der hier ist schlecht, der hier ist schlecht, der hier ist schlecht, der hier ist schlecht. Ey, Eli, bitte töte kein einziges mit ihm hier. Ja, was ist mit ihm? Oh shit, Alter. Der muss einfach nur die ganze Zeit gequeued werden. Und jetzt alle Ult! Okay, das ist so gut geklappt. Nice, der Line haben wir. Jetzt habt ihr die Finition. Wie cringe, Mann, wie cringe. Ich will aufgehen. Wie cringe. Oh Mann, Alter. Ja, let's go. Komm, lass dich mal richtig hart bumsen. Der ist immer ein Kreis unter dem Spieler. Oh shit. Warum ist der Scheißkreis nicht in den Kopf gemacht oder was? Ich hab Bock auf... Oh shit, Alter. Alter, wie clean das gerade aushört. Ich haut euch wie drei... Ja, das Schild, Digga. Ja. Out the Tags. Das ist der mit dem Giants Belt, ne? Ja, Digga, er hat sich noch diesen Riverdryljul geholt. Was, was? Da gab es Deck für mich! Psychopath, Alter. Da kommt ein Narbon oben. Hä, man hat ja gar keinen Cooldown auf seinem Uld. Hahaha, Junge. Hä? Wie dumm. Tja, wer die erste Q nicht dodged, alter ist am Arsch. Später kommen einfach fünf Ulds auf dich zugeflogen. Ja, der hat doch bestimmt gar keine Lust mehr. Ja, doch nicht. Uns haben sie zusammen. Oh shit. Oh oh. Nein! Was war das für die Q? Nein! Ich weiß es nicht. Dankeschön. Oh, ich bin fast tot, ne? Benne, Benne, bitte. Bitte, Benne. Ja, ich mach doch! Er hat die Q gedodged! Ja! Egal, egal. Ich hab den falsch getroffen. Digga, ich find's immer wild wie die hier. Wow, Demacia! Wo ist die Pussy, hä? Also noch gewinnen wir, aber im Late Game sieht das schon ganz anders aus. Loll, der ist ja wirklich! War der wirklich? Er ist stark. Das wusste ich nicht. Ist er da immer noch? Kein Weg! Kein Weg! Kein Weg! Hast du dich gar echt gekillt? Wie dumm! Hey, die haben wir ver... Was haben sie? Report, ich hab... Junge! What the fuck? Ben, was spielt man bei ihm? Versuch. Mit Ghosting Light, let's go! Okay, das wird eklig. Nein! Wisst ihr, was sie haben? Alivia? Nein, Walt! Och, nö. Och, nö. Okay, doppeln, 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 doppeln. Alle brauchen wir? Digga, zwei Longsots und Refillables, let's go! Nein! Nein! Junge, sie haben Trump studiert! Lass alle reingehen! Lass alle reingehen! Ich hab Fahrten machen! Ich tank! Ich hab das Ei, glaub ich? Nein, aber nicht. Mach's den hinten! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Haha, die Wände, Alter! Ne, und ist eingesperrt, irgendwie! Digga, sie flasht aber auch alle, Digga! Wie viel Thumbs raus, denn ist gut! Warum sind zwei Universe Midlane? Die sind in dem natürlichen Milieu, was willst du? Niki, was machst du eigentlich? Wir spielen Inting Saiyan, komm! Hat er eigentlich irgendwen einen Kill von uns? Nö! 7-0 ist auch cool! Digga, die sperren mich ein! Ich sperren mich ein! Ich sperren mich ein! Ja, siehst du richtig eist aus, was soll ich? Junge, halt! Oh! Was machen die so bei dir? Ich hab jetzt schon noch Flasht! Oh, Junge, ihr habt den Flash fast predicted! Basically! Digga! Digga macht's genau richtig! Rein in die Masse! Innen! Ihr müsst einfach sterben als Saiyan! Dann wieder auf die Länge gehen, und dann wieder dasselbe von vorne! Siehste, wenn der Bende macht schon irgendwann hier... Niki, was machst du da? Guten Shit! Digga, das ist Masseninten bei Saiyan, Alter! Am Anfang, das war wild! Ja, Loll, auf oder wa? Weh! Weh! Nee, alles gut! Digga, Runde 189 bin ich dann direkt! Digga, sind die cringe! Das hat viel für mehr Rekord! Okay! Ja, Mann! Bibi-Pupu! Digga, die schmeißen legit jede Cue vorbei! Oh, jetzt geht's ab, Digga! Komm, mate! Oh, Junge! BAM, Junge! Komm schon! Die eine hat wieder Eck! Wie geil, Digga! Oh mein Gott, ich kann nichts tun gegen die Bitches! Er ultet das Ei, Digga! Er gibt Zero-Fucks, Alter! Wie geil! Boah, wenn die Anivers gleich hierher kommen, Alter, dann gibt's... Oh, Junge! What? Junge, was ist denn ihr Damage, Alter? What the fuck? Alter! Mein Damage ist krank! Holy Shit! Oh, Junge! Er flasht! Junge, der Sign backt in der Wand! Oh nein! Oh nein! Oh Gott! Ey, Bro! Es tut mir leid, ich kann dir da nicht helfen! Und mit Ghostblade! Nein, nein! Aufladen! Aua! Ciao! Nein! 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 Das Ding ist irgendwie lebig! Oh Shit, Alter! Warum bin ich stuck?! Fuuuuck! Ich glaube, ich werde einfach Force of Nature spielen! Mein Gott, renn! Ich glaube, Force of Nature ist einfach ein guter Call! Jetzt kommt noch... Da kommen drei Stück! Wie geil, Digga! Oh, Junge! Das sah ja geil aus! Digga, wieder die, Alter! Verpiss dich jetzt! Nie wieder die! Ist bald wieder in fünf Leuten drin, oder? Eck geholt! Komm schon! Ja! Ja! Der hat einen Fick auf mich gegeben, der andere Vogel! Let's go! Oh! Oh, Sand! Guck mal! Guck mal! Guck mal! Guck mal! Ich bin gerade am sterben! Ich bin drin, Digga! Oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Uh! Oh, Junge! Clean. Oh Shit! Oh shit! Wie geil, Digga! Ja, aber ich zieh rum! Ich kann nicht anhalten! Ich kann nicht anhalten! Ich kann nicht anhalten! Du musst die reaktivaten! Digga, was ist denn da jetzt eigentlich los, Alter? Pfff! Logs, ich hab Wendekreis! Cordra! Hinter! Wir halten sie auf! Oh lol! Gibi! Komm schon! Komm schon! Nein! Oh Digga, ich wollte sie nicht mehr auto attacken! Nein! Die Wall! Der hab ich meinen scheiß Ghost umsonst gejustet! Oh shit Digga! So die Wall! Digga, wie dumm! Es ist so ein Scarf, Alter! Wie geil! Oh mein Gott, Alter! Was ist mit dir? Mach die jetzt weg, Alter! Ja, jetzt hat sie nicht mehr viel! Ja! Yo! Nooo! Safe! Digga, die hat aber auch alles genutzt! Wie hat sie gedacht, dass sie in irgendeiner Welt da noch wegkommt? Holy shit! Nö! 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 Komm schon! Komm schon! Ja, der Vogel ist schnell! Warum? Digga, das geht da wieder ab, Alter! Wer rennt Agra fallen? Ah! Schwarz! Ah! Ja, Junge! Ach nee Digga! Ich bin tot! Ach nee Digga! Bin nicht, bin weg! Alles gut! Komm nur her Digga! Komm nur her! Komm nur her! Komm nur her, wenn du dich draus, hä? So ne Scheiße, Alter! Digga, das ist einfach fucking unmöglich! Digga, das ist einfach fucking unmöglich! Komm! Digga, wie groß ist er? Haha, Junge! Ja! Ja! Klopp die Bitch! Digga, was ist das? Ich will nicht, ich will nicht auf der anderen Seite von der Wand sein! Ist mir scheißegal, was die mit mir macht! Walla! Oh! Walla! Mann! Ich werd hier rumgefögelt! Ach, kommt schon! Wenn wir durchgehen, diese verkackte Wall! Komm nicht, alle Qs rausbait! Boah, Junge, ich will nicht alles... Oh, fuck! Oh shit Digga! Oh, war ein Spaß! Komm schon! Gib mir dein Eck! Gib mir dein Eck! Gib mir dein Eck! Oh shit, Alter! Oh, die Minions! Ich hab sie sogar nicht getroffen, Digga! Ja Digga, das war's mit denen! Guck mal, wie sie steht! Oh shit, Alter! GG, oder? Ja, mach wer! Der Arsia!